Mareik hat uns gerade jeder einen dicken Fisch gewünscht. Mensch Alter. Geil. Toller Fisch. Gerade hat sich der Komoran den Zammler gegönnt, kriege ich einen Biss. Geil Freunde. Geil Freunde. Boah. Es klappt und es macht mega Spaß, Freunde. Oh ja. Auf vorne der Hafen. Gerade auch auf dem Kopf, der geht auf jeden Fall mit. Den lassen wir uns schmecken, Freunde. Zanderflosse. Gehlt nicht raus, Alter. Ein richtig schicker, den können wir essen. Kinkes Petri Maus. Ein zweiter Zander, glaube ich, mit Köderfisch. Schau, schau. Dann segne ich den Tabletfisch. Vielen Dank.